Willkommen Freunde, es kann weitergehen bei Devils Hunt. Ich wollte gerade sagen, warum läuft der nicht schneller, aber der guckt sich ja quasi den Dialog hier an. Oh, die ganzen Erinnerungen, die jetzt hochkommen, ist echt übel. Da war ein Engel, der sich gerade mit seinen Erinnerungen gegen irgendwelche diabolischen Wesen da gestellt hat. Oh Gott, he still delays the decision. He may be another one. Surprise, surprise. Let's do this. Hier geht's lang. Er hat mich eben sogar noch ein bisschen gelenkt. Ich wollte eigentlich gerade ausgehen, aber er hat mich richtig gelenkt. Das fand ich ganz cool. So, jetzt wird's echt hardcore. Kann ich mir jedenfalls vorstellen, dass wir irgendwann mal gegen die großen Bösen antreten müssen. Wo ist denn das, so eine Art Geisterstadt? Da ist das Friedhof. Friedhof war das, glaube ich. Na toll. Die hatten die gefangen. Ich bin hierher gekommen. Okay, aber bleibt ihm ja nichts anderes übrig, aber das Problem ist, der Typ hat richtig was auf dem Kasten. Come on, let's fight. All these executors can be our witnesses. Vassar, we all serve here under your command. Prove you're worthy of our loyalty. The savior and destroyer is challenging you. Accept. Ah, let's dance. Shit. Wieder nur ein, zwei Schläge. So. Schlag. Und dann weg. Eins, zwei, drei Schlag weg. Eins, zwei, drei Und dann weg. Eins, zwei, drei Okay, von hinten können wir noch ein bisschen mehr machen. Weg. Eins, zwei, drei Ausweichen. Eins, zwei, drei Ein, zwei, drei Ein, zwei, drei Ein, zwei, drei Und weg. Das ist wieder das Problem, wenn er trifft, dann trifft er richtig. Ah. Das war nicht gut. Shit. 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 Ah, jetzt hat er mich. Aber ich komme hier wieder. Sehr gut. Von hinten noch mal ein paar Schläge. Meine Sicht ist jetzt straight. Da würde ich sagen, es laufen sogar besser. Ach, während der Flammen ist ja nicht angreifbar. Alter, wir haben ihn geschafft. Das hätte ich ja nicht gedacht. Der war auch letztes Mal so stark, ey. Heftig. Oh, da haben sich gleich alle verpisst. Ich hoffe, er kann den Engeln jetzt das Blut übergeben. Ja, da haben wir jetzt nicht. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. I will find Muriel, the only executor who ever stood up to Lucifer and with his help I'll take back the life that was stolen from me and every creature responsible will pay the highest price. Krass. Ja, Freunde, dann würde ich sagen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. War sehr, sehr nice, hat Spaß gemacht. Abonniert den Kanal auf jeden Fall. Lasst mal einen Daumen da, ein paar Kommentare, würde ich mich freuen. Und dann hoffe ich mal, dass es irgendwann mal wieder eine Fortsetzung von den Gamen geben wird. Was ich aber bezweifle, weil wie gesagt, ich glaube, das Studio ist pleite. Wurde verkauft, wurde aufgelöst, irgendwie sowas. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos, sprich in irgendeinem anderen Game. Bis dahin.